Herzlich Willkommen zum neuen Part von Let's Play Luigi's Mansion 3 So, jetzt geht es weiter hier, so, ich hoffe, euch ist gut. Ich habe auf jeden Fall heute los auf einer neuen Folge mit euch zusammen hier, Luigi's Mansion 3 zocken. Ich habe einfach nur Bock und ich hoffe auch einfach, ihr ist einfach dabei. Ich bin einfach mal sehr gespannt, als heute. Ja, ich bin einfach mal sehr gespannt, also, und scheiß, so echt sehr geil heute. Heute machen wir nicht weiter mit der neuen Skripschen, ich hoffe mal am Wochenende werde ich dann auch mal einfach eine neue Folge aufnehmen. Die Skripschen, die will ich schon mal einhören, also, die habe ich halt jetzt gerade vernachlässigt, aber ich hoffe, ihr seid nicht so lange, meine Freunde. Dann geht es auch jetzt los, weil wir jetzt alles besprochen haben, habe ich auch alles gut gesagt, meine Freunde, es muss sein. So, jetzt geht es los, meine Freunde, ich bin sehr gespannt, also, gute Laune wünsche ich euch auf jeden Fall jetzt hier. Ich habe auch eigentlich Bock auf ein bisschen, also auf, ein bisschen Erkundung hier in Luigi's Mansion 3. So muss das, genau, so am Abend, hier ein bisschen zocken. Die ist noch am Herzen, aber die Herzen brauche ich halt gar nicht, aber gut, okay, komm, wir gehen mal irgendwie rein. Ich muss gucken, was ich machen muss, ich muss gucken, was ich machen muss, okay, da oben muss ich hin. Da oben muss ich hin. Gute Frage, ich glaube, ich muss irgendwas kaputt machen, kann das sein? Oder, oder muss ich vielleicht, oder ich muss von da aus, da auch, kann auch sein, kann auch sein, meine Freunde, oder kann auch sein, ja, natürlich, 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 natürlich. Oder ich gehe von, von oben nach unten halt, oder ich spreche einfach von unten nach oben ran, von oben nach unten mal nicht halt einfach rein. Würde, er wird ja auch klappen, oder? Stimmt. Oh, was, oder kann ich rausgehen? Glaube ich nicht, nee. Ist ja so ein doberer Durchgang, genau, geht ja auch hier, genau, zack. Äh, ist echt heftig, ja, würde ich hier. Aber wir bleiben unten ruhig, zu lange gespannt. Äh, ich wollte, wenn wir danach gucken, aber ich hab's dann nicht gemacht. Ich hab mir ja noch überlegt, komm, ich mach, ich mach's doch nicht so, dass ich einfach, dass wir danach gucken, oder dass ich, überhaupt, wenn wir danach gucken, hab ich dann mich doch nicht, dass so ein Stil zu machen, also bitte nicht wundern, aber ich will freuen, ja, das geht echt gut, ja, hab auch sehr gute Stimmung, also sehr gute, sehr gute, ähm, ja, einfach nur wieder Angelegenheit, die Ende, also einfach eine Angelegenheit auch einfach zusätzlich mal wieder, schöne Angelegenheit, einfach, zu mir zugesetzt bekommen, so, eigentlich immer die Verarschung, ne. Geh mal, oder ich muss echt nach oben, kann auch sein, aber ich glaube, es geht nicht, irgendwie, ich glaube nicht, es geht, ne, geht nicht. Seht nicht, es geht echt nicht, meine Freunde, ich fahre schon nicht, es ist echt weit. Man kann aber auch nicht so reingehen, es geht auch nicht, okay, ganz komisch, merke ich, aber hier ist, was ich halt machen muss. Irgendwie muss ich hier wagen, geht für die oberen Also,多-er geschenkt, wo ich hier ziehe. Und wir fahre auch denn, das kann auch sein, meine Freunde, Warn, das kann auch sein, meine Freunde, ja, genau, ja, genau, ja, auf jeden Fall, t�いい konäß, ja, natürlich, doch, doch, jetzt, verstehe ich, jetzt, du kannst nicht, hüpfen, na, auf QC 1994, FD-ClW auf Earth, genau, Zell, auf, der auf, wir drücken, vorm Live-Blind, kommoling die Ursache, ich wusste, jetzt, ich wusste, dass meine Freunde, posterle Ukrainian, worauf die Virt ereschenken Tip, schon gemacht, meine TV Imam aufcticamaShotredie. Diesmal, diesmal gut, die Videy nämlich auch nicht genau aufgepasst meine freund ich hoffe mal ich habe nicht aber ich habe nicht so geht ja er frau wie sehr also ich endlich mal weiterkommen jetzt bin hier diesen geilen spiel auf jeden fall so muss sein warte mal eben so bis weiter kommen ich glaube schon doch war mein ich weiß auch nicht so betrieben also die ganze tage holt auch schaffen weiter oder überhaupt heute auch ich kann natürlich so sein aber es kann aber falsch sein also ich werde schon sehen wir zu befreundern also kann so bitte dass ich irgendwie nicht also schauen ob ich den part hier halt schaffen werde ich halt ob ich halt einfach die ganzen also dass das ganze einfach hier schaffen die ganze etage einfach schaffen im part überhaupt nicht aber guck mal weil ich weiß nicht ich weiß nämlich dass er ich weiß nämlich dass er nicht so groß ist also die etage manche einfach aber gut aber auch echt gut zu dem diesen pilzen die man da ausladen da muss man halt einfach diese zr und zr bw machen da kann man nicht hoch hüpfen auch mal gute auch mal gute dem meine freunde auch das gefällt mir echt gut sehr schön genau guck mal da an das ist echt meins also ist echt mein geschmack meine freund ich meine freunde ist echt mein geschmack und steht einfach so gut ist einfach so geil na auch meine güte ich liebe einfach die ganzen ich liebe einfach die ganzen wittlung von diesem ganzen geilen spiel ich war eigentlich ich finde einfach gut hier und man gibt auch einfach viel mühe jetzt hier auch die ganze pflanzen was einfach so viel viel mühe geben es macht einfach so viel kunden einfach ohne scheiß so sein so es kommt mal her gut wie ja aha geil macht eine volle ist alles egal lang schon schaffstack dann schon schaffstack und boom und hier ist ein bad kommen wir dafür auch durchkommen also kommen wir vielleicht auch irgendwie reingehen wir können wir können sicher wir können sicher nicht herausgehen natürlich das geht doch kommt man an hat doch geklappt und jetzt gibt es eine sequenz mal wieder ich habe nicht ja dieses wir haben ja ich wusste meine freunde der gritte gleich auftauchen oder der gärtner will für der auftauch aber jetzt ich komme so doch komme ich weiß ich weiß gar nicht ach so scheiße und nehmen bitte nicht sterben ich muss mit sicherheit ich muss mit der ja ich muss mit er dann machen das morgen ich muss mit sicherheit dass hier wieder einsaugen ich muss diesen quatsch machen ich wusste es meine freunde man kann nicht dann wenn man nämlich welche haupte einfach einsaugt also was irgendwie einsaugt dann kann man auch einfach nicht hier so schön ein amüsieren genauso amüsieren 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 so kann man sagen so das freu mich sehr der hund hat mich auch gerade tippe gegeben dass wir nämlich also wir wussten diese ranke die also so ein bisschen wie die schneckenform noch eingeschlossen war dabei versucht einfach sie einfach auf und frei zu machen kann man sagen aber knapp oh mein gott das war aber echt knapp meine freunde wissen fast runter gefahren aber wir haben es leider geschafft wir haben es noch geschafft meine freunde uns gut noch die noch zu halten und war auch meine freunde aber gut okay aber ich finde hier ist auch einfach nur gut und auch auch diese ganzen kamerasichten ist so schlecht gemacht so gefällt mir jetzt sehr gut hier habe ich viel 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 müde gegeben ich weiß nicht wie viel aber das einfach so ist also es mal zu machen so einfach und auch die ganze kombination einfach ist einfach dran ist man einfach gar macht die sache einfach hier habe ich sehr gut auf jeden fall so ich glaube ich gebe mal jetzt hier weiter ich glaube jetzt hier glaube ich auch genau so hier machen jetzt müssen wir uns jetzt müssen auf jeden fall sehr viel weiter machen es einfach hier weiter machen meine freunde das muss ich gucken was ich machen muss ich glaube stöpsel und eine rei klappt ja nicht ich weiß nicht doch es geht doch es geht nicht ach muss ich vielleicht zusammen kann ich sagen dass ich vielleicht zusammen arbeiten muss dass ich halt einfach mit rudi und mit rudi vielleicht das kann sein meine freunde oder das kann sein auf jeden fall auch meine freunde das kann ich sein meine freunde wir müssen einfach einfach zu zweit diese glube aussieht genau kann sein sagt schafft und dass die acht rum sehr nice oh mein gott ich glaube ich habe ich habe meine freunde bin ich scheiße und das würde ich gerne hier für es alle leier und da ist also okay ist okay einfach mal einfach mal einfach mal einfach mal sagt gehen die scheiße geht einfach nicht weil so klar oder egal konnte kommen wir zumindest hier unten zu fahren oder untergehen einfach gehe ich okay schade ich wurde ich hätte mich so gefroren einfach ist hier unterfahren wieder aber leider nicht die leider nicht meine freunde und was hast du da bestimmt du denkst da richtig ran ach so müssen wir gar nicht ich muss einfach nur unterfahren okay ganz komisch nice oder rutschen 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 wo bist du ach da bist du ja schon wo wo bist du gerade gewesen habe ich habe ich mich schon gerade gefahren meine freunde und da ist doch dieser knopf kommt jetzt an oh mein gott das war ich ein schock der welt ich habe mir einfach schreckt meine freunde scheiß ich habe schreckt meine freunde und scheiß ich war schon nicht weil wir aber schreckt weil wir einfach nicht zu verarscht hat also der der pflanzen über pferd schreckt aber wir sind nicht nein bin ich das ist eine schreibmaschine ich glaube das ist ach braun aber ich glaube jetzt ist der boss kam auf start jetzt kommt der boss kam auf die scheiße ich bin echt spannend ist das der boss kam vorliegen gehalten ich glaube schon meine freundin jetzt gibt es echt ernst ein ernstes problem kann es sein meine freundin ich glaube schon jetzt gibt es echt das ernste problem also werden wir auf jeden Fall auch safe also werden wir in diesem part auch hoffentlich ja den boss synchronisiert und ich glaube wir brauchen diese maschine kann sein also irgendwie erinnert mich der boss dann wisst ihr was meine freunde und wir erinnert mich der boss an der kennt ihr den film 1 ice cream 2 im ice cream 1 sorry ice cream 1 meine ich das war so ein bisschen das erinnert mich ein bisschen an diesen geilen an der komischen frau hier würde ich sagen also ich lieber dieses dieses vibrier am patroler aber gerade dieses zack 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 ich liebe es einfach so ich wollte sagen also ich habe ich veröffentlicher jetzt ist ja ich veröffentliche letztens im ice cream 2 im film drin war schon ganz nice auf jeden fall also hat mir auf jeden fall sehr gut gefallen meine freunde auch der zweite film oder das hat mir schon ganz gut gefallen der ice cream 2 film aber der erste film also im ersten film gab es eine frau die hat nämlich auch so so richtig großen pflanzen gehabt hat genau das gleiche gehabt wie auch das hier so auch halt genauso wie auch genau wie auch halt in lüge menschen 3 und da gab es auch so was man halt einfach eine sache disney kann man sagen und auch so ein bisschen neu gemacht habe ich und da war also eine frau da und da und da wollte die helse haben weglaufen und dann war eine dobe frau da die war voll frech zur elsa oder andere glaube ich ja ich glaube das habe ich ja so wie einer anna oder dieser wie auch immer sie heißt egal alles klar sorry kann man den die die sagt die erwähnung vielleicht jeder ein wirklich schade scheiße vielleicht auch einfach weil auch nicht was wir machen jetzt nicht wir haben irgendwie das wird eigentlich schenkfrüchte ich weiß nicht ob es schiff regent es kann sein aber ich kann auch nur sagen was war es eigentlich für scheiß okay heftig heftig ja sehr gut das heißt aber ich weiß nicht nur noch ob ich das schaffen werde was habe ich weiß nicht meine freunde so sieht da aus nach und jetzt also ich glaube ich muss ihn treffen wenn er unten ist glaube ich jetzt aufpassen scheiße hat es gab was euch machen ich verstehe es nicht ja klar oder ich bin so voll fasch ne was soll ich das mit dem schatz machen auch sein hat ein herz aufpassen hat ein herz hat ein herz oder muss ich was verwirklich ich entschuldige an den leuten die mir gerade zuschauen ich bin einfach so doof für meine freunde ich bin einfach so doof für uns einfach zu machen so leid meine frau ich würde schlecht und ich bin auch so schön von vorne ich ich verstehe sie weil ich so viel falsch machen egal wird sie nicht auch aber ich finde ich bin ja was also der wasser ist guter ich bin als so schlechte ich wäre so schlecht ich muss die da jetzt irgendwie blitzen das habe ich auf jeden Fall das gefühl habe ich ein gefühl oder muss sie nur treffen hätte ich nicht oder oder geht immer mehr kaputt ist mir erst gar nicht weiß nicht ich habe mir das gefühl ist saura wird warum auch immer obwohl ich es mache das mag ich nicht weil mensch ja ich habe kack meine worten ich habe kackt scheiße mensch scheiße das herz kommt schneller du komm mal her das ist immer gemein oder ich bin echt gemein aber es egal bitte das mal sein okay bitte das mal sein meine freunde ich habe kackt ich weiß ich weiß jetzt schon boah knapp oder kleine sache ich bin nicht gestorben meine freunde ach jetzt ok jetzt muss ich mit sie glaube ich war ja auch nicht geht nicht naja ich ich spiele ich bin gleich ansteigen wenn ich aus der schlecht kann aber ich verloser auch ein bisschen muss alles machen aber ich glaube ich muss ihn ich muss sich halt mit der seele treffen glaube ich habe mich das gefühl ich bin auch nicht ganz sicher was so ist weil ich habe ich habe zwar manchmal ein paar bürger aber ich habe ja nicht immer alle an kursen ich habe ja auch mal ich habe mal aber bei mir aber ich hätte auch mal ein paar wird einfach ich habe ich habe zwar ein paar wie es gleich aber ich habe mal nicht immer überall auch mal rein gut nie überall halten da kann man sagen ach gott mir ist echt da wie ein bitte nicht okay scheißegal ich bin top meine freunde dankeschön auf jeden fall für eure aufmerksamkeit ich habe mich ein bisschen anstrengend ich bitte aber nächstes mal ja dann machen wir von hier mal weiter